JET DÖRT PUFF DÖRT Nein, dieses Puff DÖRT habe ich aber nicht Toadstool Guck dir mal die Pilze, ernste mal so ein Pilze Guck mal den Namen an Ich weiß Toadstool So einen Pilz habe ich auch, kann man da irgendwas mitmachen? Oh geil, damit kann man Hey, tu das mal in deine Bank rein In deinen Viererfilter Wieso? Kannst du was rauscraften Ey, du Piss Hier haben wir auch noch Andere Fabriken Ja, ich war Ja, kannst du Blue Dye rausmachen Warte mal, man kann bestimmt auch was anderes rausmachen, oder? Ähm Black Ja, das dauert mit dem Laden Blue Dye Du kannst Salat machen Ja, hab ich gerade gesehen Okay, wir müssen auf jeden Fall mit dem Backpack hin nochmal rein Ich hab doch ein Backpack dabei Oder mehrere Mein Inventar ist aber gleich voll, das ist das Problem Ja, ja Was kann man mit dem Powder nur machen hier? Mit dem Scooppowder? Hey, da passiert doch gar nichts Doch, diesen braunen Pilz da rein tun? Achso Und was ist das jetzt? Ja, weiß ich nicht Keine Ahnung Das kannst du essen? Was kriegste? Ähm Lausia Oh nein Nennst du, was ich eher sagen können? Nein, ich muss kotzen Nein, ich muss seine Augen zu machen Nein Warte Boah, ich muss dann immer kotzen, wer das ist Ja, mir wird auch ganz schön schlecht aufhören Irgendwas Pinkeres Oh, Herr Bording Da, komm mal in den Wänden Ja Unsere pinken Eimer Unsere pinken, unsere schwulen Eimer Ach, geht doch sterben hier Warte, aber irgendwo hab ich da Ami noch was gesehen Boah ey, leck mich am Arsch Im Fliegen abbauen, ne? Ach, da war's Wo war der nochmal so pink? Ich hab da, also Da, Pilze Nein Nein, ich will nicht in die Welt rausfallen Was passiert? Na, ich wäre fast aus der Welt raus gefallen Auch noch mehr Pink Ich hab den mal genäht aus, deswegen fallen noch welche weg Was sind das für Blümchen? Pinke Blümchen Tulip Du bist lieb? Nein Das wüsste ich Tulip Ah, Tulip, ja Du tust immer auf lieb Schon klar Du Noch mehr pinke Eimer Weißt du? Das ist kein pinke Stein Das sind einfach nur pinke Eimer Ja Die werden jetzt in pinke Eimer bezeichnet, warte mal Die sind bestimmt mal ein pinke Eimer in der Mitte Ja Wir können uns die blauen Steine auch eigentlich mitnehmen Oh, hier ist nochmal pink Ich weiß gar nicht mehr, wo du bist Weiß nicht, wurde nämlich grad Mitten durch Hopp, hallo Jo Erstmal im Momentar wieder lernen Das brauch ich nicht Hier, den kann ich auch mal wieder wegschmeißen Ähm Zack, 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 zack Alles da rein Zack, zack Dumb Ach, so nice So, jetzt kommt hinten Ganz viel nix Seh ich Leck Jo Aber dass es keine fliegenden Städte oder so gibt, ne? Ja Was das denn für ein Baum? Uaaaah, nein Was ist denn für ein Brutzelbaum hier? Magic Wood Okay Okay, das war Magic Wood Okay, das war Magic Wood Ey, guck mal wie das aussieht, pass auf Guck dir das mal an I I Heinz Du gieriger Arsch, alter Irgendwo war noch Pinker Stein Oh, hier ist noch Pinker, oh Die Wolken sehen aber auch geil aus, ehrlich Hier ist noch mehr Pinker, nein, hier ist noch mehr Pinker Stein Man kann so viel Scheiße auch machen mit den Wolken Äh Leck Ja Ja Hat erst grad gepluppt Man kann echt so viele Wolken mitnehmen und dann sich da oben, in der normalen Welt So eine Wolkenwelt bauen Aufbauen und dann da oben irgendwas drauf bauen Ja Krass Warte mal, was geht denn schneller? Damit, oder? Boah, dauert das alles wieder Leck Ja So hat einfach nur zu lange, ey War es die Wolken abzubauen? Ja Ich finde es nervig, kommen wir wieder weiter Ein Schwert geht das Tick schneller, oder? Ja Ja Du willst ja nicht Wolkenfarben, oder? Ich probier mal kurz was Hä Ähh Ähh Achja, was ist das Ding denn jetzt? Kannst du mir nirg auf? Hör auf Flash Was denn? Ich wollte doch nur Wolken abbauen Ja Warum stehst du denn in der Luft, hm? ich will ganz kurz was gucken ich geh schon mal weiter ich finde gerade keine schere ich will gucken ob das mit der schere schneller geht aber dann komme ich auf jeden fall dieses mal mit der schere hier wieder pinker stein in kurs und cheat mode alles sonst immer zusammenscheatet jetzt gern macht dann nehme ich wirklich geht nicht schneller also schwert ist das beste ja mit dem du will oder mit der ich bin einfach nur da da ich sehe dich schon ich sehe dich schon meine pinken einmal meine weißen ich kann jetzt hier sind so eine suppe machen und salat ja aber ich glaube die kannst du bestimmt nur mit diesen speziellen der t pflanzen ich habe so ein dirt mit und ich habe auch genug damit immer würde ich abbauen dann haue ich die auch gleich mit hui 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 oh der ist gefährlich der riecht gefährlich ich finde die wolken welt geil ah jetzt ok jetzt etwas ich bin auch so eine einsame insel mitten wo die wolken sind ah jetzt oben 1241 minus 120 wie kf wie weit bist du denn noch ah ich sehe dich schon was ist das denn hier ah warum bist du jetzt da hinten ne wo bist du natt ich bleib da na boll alter ist das nur am laggen gerade ja 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 überleg mal was er generieren muss gerade ne ja der muss ja nicht nur die welt generieren der muss ja bei uns auch noch weiter generieren weil die alle auf start-up laufen da gehen hier weiter kommen was wollten ja geil ja ja wir haben doch bei uns auch so cloud so cloud wolken meine ich oder nicht ja die generieren da ja auch nur so oh tower aber das zeigt auch nur auch das pinke eimer das zeigt auch pinke eimer aber das zeigt auch dass wegen dem mod dass er ja mit drin ist weg noch mit pinke eimer der gole macht alles kaputt der ist behindert er springt sich selber weil er dumm ist hast du ihn gehauen ja warum weil er behindert ist jetzt stehst du jetzt geht das dinge wieso du brennst komm schon raus egal wir fliegen einfach weiter generieren regeneration einfach weiter einfach weiter weil jetzt kommen die ganzen koppelstons entgegen was sind das für geile blumen was sind das für geile blumen wo bist du die koppelst du leichte grad nicht und es lecken schon mit dem weiterpilz penis disco blumen dingelingeling hi das ist ganz schön auf jeden fall ich glaube das war meine disco blum die sind voll geil mann voll funny hier das ist kein anderer besonderstein das ist nur pinke eimer warum sind wir gierig auf pinke eimer ja gut das auch in der tower hier ist ich hau den wieder ich hau den wieder machen weg ich hau ihn wieder wo bist du nein warte er will wieder runter fliegen ja der will fliegen und lecker er steht bei mir jetzt nicht mehr noch eine gold und wettstern ich weiß nicht warum ich das eigentlich mal mitnehmen also nicht ich lasse es mal drinnen von der haupte runter er ist hier unten gestorben aber die explosion reicht ja dann nicht nach oben standbild da ist es nur noch im laden ist ja schon wieder openge eimer ich sehe den pinken eimer dann müssen wir ein bisschen stehen bleiben kurz ne das wurde ich mir standbild sagt hängt er in der luft wir sind aus million aber wir haben keine schere jetzt dabei das auch mit dem schwert überlegen also nicht aber ich glaube da kriegt man schaden drin ich nicht aber ich kann es abbauen ich habe es mit der kettensieg abgebaut da kriegst du schaden drin ne ich kann schaden wasser ruhig hast nichts zu melden ich will keine tolpe mit dem tolpen sind schwul ich will nur diese disco flowers haben black oder naja wir fliegen glaube ich in zwei verschiedene richtungen gerade boah ich gebe es kubinen wie jetzt ernsthaft wie aber das sind nur die normalen bieten glaube ich das sind die normalen heiß oder wo denn klar muss ja eigentlich ich stelle mich mal wieder so hin dass ich ihnen wieder den abgrund ganz runterkicken kann warum hast du nicht so ein bogen und tschüss wo hast du lange weiter jetzt steht er auf der kante toll und schlag gekriegt weiter gehen wir weiter lang auch cool diamanten muss das man meinen inventar aufräumen mal wieder leck ich bin runtergefallen ja ich lebe ja noch hier oben auf der insel trotzdem hat es hingelegt wo du abgeschmitten untergefallen ist ja ich bin noch in der welt hier jetzt lass dich mal fallen ach so hier ist unwahrscheinlich was ist das Penis naja hab ich noch ein bisschen mehr Holz ich brauch kein Holz mehr ich hab dich ich hab ja nen Holzkopf für dich pinker Eimer pinker Eimer achja du alter Kirika ich steine echt nur pinker Eimer fertig wir sollten echt mal wieder langsam pinker Eimer machen und noch mehr Wasser mitnehmen nein warum warum nicht ich geh irgendwann in die welt nochmal rein ja stimmt auch wieder pinker Eimer ich bin einfach weiter gelaufen also einfach weiter geradeaus vor dem pinker Eimer ja hab dich schon oh nein ja 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 war meiner nein hör auf damit oh jetzt wird aber oh Tower aber ich muss einfach mal was essen wo Tower bei MadGun hat er gerade nochmal neu geladen wollt man nicht eigentlich nur eine Stunde machen ich weiß ich bin schon wieder im Tower ich hab doch ne Portal Gun mit oh du Pisser hallo Golem ich hau den Golem ich hau den Golem ich hau ihn einfach weil er behindert ist kann boll und blöker ha 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 ich glaube du bist bei n anderen Tower ne ja ha ha das ist jetzt die mir so geleckt wir sind immer noch Clouds ich bin jetzt ganz oben in den Wolken ich bin in den Wolken nochmal höher den Wolken jetzt gar nicht recht koordinaten hast du plus 2161 minus 192 192 da muss hin und 2100 plus 2197 minus 214 denn hin aber nicht mal langsam wieder zurück da hast du recht weil wir eigentlich nur eine stunde machen wollten ich bin vorne am portal du hast du kannst du rausfliegen die welt schon wieder okay ach so wir sind auch cool hier habe ich mein erstes gesetz gehabt ach so ja wahrscheinlich genauso wie mit den endparteien sehr gut versteckt ja aber doch gar nicht ruhig da oben bleiben sieht doch schön aus der tower irgendwie noch ein lassen gegen golem runtergeboxt wie geheimer den geheimer aber ich würde sagen mit dieser komischen aufnahme nein 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 wieso nicht nein ich will erst mal mehr nach hause und ich bin zwar bei mir zu hause ja jetzt glaube ich würde ja und ich würde aber auch noch dazu sagen abonnieren ist kostenlos und bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss